Was geht ab, Leute? Hier ist NotAlightGames. Willkommen zurück zu Outworlds Soulsform. Ich musste ihn leider zurücklassen. Verdammt. Ich bin nur mit dem Aufzug gefahren. Es ging leider nicht anders. Oh. Das ist immer so kryptisch. Lass doch da was sein. Ja, den Weg mit dem zurückzugehen ist unfassbar frustrierend. Da hab ich keinen Bock drauf. Guck mal da. Da sprung ich auch von vorne dran. Halt dich gut fest. Dafür hast du die Oberarmenmuskeln. Der hat mega Oberarme, aber kein Bizeps. Mega witzig. Ich kann mich hier fallen lassen. Kreativ, kreativ. Fail off. Ja, hab ich gemerkt, wie ich gesprungen bin. Das ist eigentlich eine leichte Passage. Da müssen wir gut alles abfassen. Aber ich kann mich drehen. Dann lassen wir ihn nicht so halt arbeiten, oder? Hallo, ich will nach oben springen. Hallo. Hallo. Ach so. Oh mein Gott, was war das denn? Ich drücke nach oben, der springt seitlich über das Feuer. Ja, der ist so ein bisschen magnetisch, hab ich festgestellt. Ja, warum kann ich jetzt nicht einfach nach oben drücken und der springt nach oben? Wenn man doch gerade ausdrücken kann. Nee. Das verstehe ich jetzt gerade mal gar nicht. Boah, ich hab den Doppelsprung nicht gemacht, wär's vorbei gewesen. Nee, sind die Checkpoints fair gesetzt. Das ist viel wert. Hoho. Aber wenn ich schnell bin, sollte es klappen. Mir ist egal, ob ich was verpasst hab. Oh ja, haben wir hier mal Slicks oder so? Macht mir nämlich nicht den Anschein. Die wollen sich ja auch nicht wirklich die Hände schmutzig machen. Kann man da irgendwo reingehen? Man kann runterfallen. Nee, hätte ich nicht gedacht. Ist so bedrohlich aus, aber man kann nehmen. Warum? Ich hab nur einmal runtergedrückt. Der lässt sich komplett fallen. Aber wohl ein Ticken zu lange. Also ich finde die Steuerung wie braucht Feintuning. Oh, ich brenne. Nice. Hallo. Oh. Oh, das geht. Ich dachte, der bleibt drunter. Na ja, gut. Mein Fehler. Aber ganz gut. Komm schon. Die Passagen sind nicht so schwer. Ah, ich hab'n Fehler gemacht. Doch nicht. Okay. Ich hätt' aber schon springen können. Ach, das Ding erreicht mich. Das ist cool. Sowas hat's noch nie gegeben. Hey, da unten kommen Arbeiter. Okay, hier muss ich drüber springen. Na ja, da ist rein. Da sind irgendwelche Wärmestrahler. Das fieh ich wieder. Da sind noch ein paar Arbeiter und wahrscheinlich die letzten Arbeiter, die wir bergen, bevor wir endlich hier abhauen können aus Necron. Gucken, was wir hier finden werden. Wir sollen ja hier diesen Waisen finden oder irgendeine Antwort auf all unsere Fragen. Bin gespannt. Äh, yo. Kann nix verticken. Also, was ich gelernt hab, ist immer Physi-Pop kaufen. Sowieso nix an Kohle. Ja, das ist halt normalerweise aber alles umsonst. Oh, das ist die Mitarbeiter. Ich brauche hier aber auch kaum was herstellen, deswegen. Relativ überflüssig, so viel Zeug zu haben. Oh, Sniper-Alarm. Aber kann ich schon mal fallen lassen. Ja, ich dachte, ich bin dazwischen. Fies. Ach, da auch. Ja, super. Jetzt zieht der auch hoch, ne? Ach gut, der ist ein fähiger Sniper, ne? Tanten kann ich nicht, weil ich auf der hinteren Ebene bin. Wow, noch nicht mal ein Laserstreiz. Jetzt sehen wir mal ein Schein, die soll gerade da rauskommen. Keine Ahnung, was ich geh zur anderen hab. Gut, dass man so easy die Schränke durchsuchen kann. Falls wir Mola brauchen, dann haben wir genug. Ich hab alles voll. Ich genuss ja gar nix. Ja klar, und ich soll die alle rausfischen, ey. Mit dem Sniper-Feuer. Der Plan ist, euch nicht von dem Scheiß-Sniper-Feuer erwischen zu lassen. Ihr Trottel. Wenn ich was gelernt hab, ist es immer ein Stück weiter gehen. Die sind doof. Boah. Das ist gemein. Egal. Oi. Hab ich wieder in die Scheiß-Schränke. Da oben hat sich nämlich eine Tür geöffnet. Lassen wir die erstmal hier. Ja komm, ey. Das ist für mich irreführend, weil... ...der ist zur Seite und trotzdem... ...drifft er mich. Zieht einfach rüber. Ist ja nicht genau auf, Abe. Das war sauknapp. Da muss ich gleich mit denen durch. 100 Pro. Ich versuche, jetzt die Knöpfe hier zu drücken. Achso. Einer wurde schon vernichtet. Bote. Ich bin echt so doof, Leute. Ungeduldig werde ich zum Schluss. Ich muss die Slicks dadurch erledigen. Dann können wir eigentlich ohne Probleme durch. Na, ich hab gelernt. Ich warte. Ja. Scheiß Slick. Gut, dass ihr so praktisch da drunter steht. Nee, das war ein Fehler. Hätte mich fast... ...alles gekostet. Nur noch Matsche. Obwohl, ich muss ja nicht mit denen durch. Oh, ich kann mir den Checkpoint holen. Praktisch. Mal so Checkpoint-Spielereien machen. So, ist der scheiß Sniper weg. Ja, da kommen wir easy durch. Der bleibt lange oben. Boah, sehr lange sogar. Wird die ganze Zeit oben? Passagen sind immer leicht, ne? Wenn man die Mudakons mitnimmt. Aber wenn man zurücklaufen soll, vergiss es. Okay, wir dringen immer tiefer vor. Ich sag, wir sind fast fertig. Aber nur fast. Gut, die sind wir schon mal los. Die will ich nicht aufwecken. Könnt ihr jetzt schanden? Ach ja, ich muss den Schalter drücken. Wenn ich den Schalter drücke, mache ich eh Krach. Höchstwahrscheinlich. Ne, Chanten kann ich nicht wegen dem Teil. Da habe ich nicht gesehen. Warum mache ich immer so einen Quatsch? Hallo. Vor, Flammenwerfer. Shotgun. Übertreiben wir echt. Da, wo man gesult braucht, habe ich keine. Ich kann es nicht mehr, nehm. Ach, ich bin nicht genug. Oh, kann ich den fesseln? Mal bestellen. Ich könnte es mir sogar leicht machen. Nein, wie dumm. Wachen die auch auf, wenn ich das Ding... Ja, die wachen auch auf, wenn ich das Teil werfe. Das ist aber nix. Das Ding ist lange genug weg von uns. Na bestellen will ich den. Wir haben immer viel Kohle dabei. Gucken, wie ich das mache. Sobald der oben ist, genau an dem Teil, wo wir runtergehen können. Geil. Da braucht doch noch fünf Jahre. Was soll das? Komm, renn, 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 renn. Hat nie geklappt. Das ist so ne Sache, die kotzen werden. Warum rennen die nicht einfach hinter dir her, wenn du läufst? Die sind immer so verzögert. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ausgetrickst. Oh shit. Irgendwann krieg ich's hin. Ich könnt eigentlich springen. Ich warte, bis der oben ist. Bewege deinen Hintern. Meine Güte. Nee, du gehst hier garantiert wieder runter. Ich halte die Taste gedrückt. Mein Gott. Checkt das Spiel an manchen Stellen. Ich halte die Taste gedrückt und trotzdem. Wir haben es fast geschafft. Wir sind fast bei den tiefen Minen. Das kriegen wir doch noch hin. Ah, hier hat es nicht mehr gereicht. Okay. Haha, nice. Ich könnte die alle killen. Ich muss nur die Minen aktivieren. Warum machen wir das eigentlich nicht so lustig? Warum? Warum? Ich darf nicht. Ich darf nicht. Holy shit. Es macht nicht Brummen. Boah, eklig. Mist. Guck mal hier. Ich stehe genau in dem Teil. Mann, die springen nicht hinterher. Fies. Nee, ich kann jetzt schanden. Geil. Ihr habt ja mal laufen gewissen. Jetzt habe ich die Mine aktiviert. So eine Kacke. Tretten nicht in die Mine. Boah, ich würde ausflippen. Gut, wenn es uns denn eingerehtet ist. Gut. Nein, holy shit. Jetzt habe ich die zweite aktiviert. Ja, toll. Ich gehe jetzt hier kein Risiko ein, ey. Tschüss. Geschafft. Necrom durch. Tiefe Mine. Was geht's? Okay, Necrom ist bestimmt noch nicht komplett durch. Jetzt haben wir das Necrom betreten. Eine Stunde neun. Hätte schneller gehen können. Bisschen schneller. Ich habe auch noch versucht, den Einsatz zu retten, aber es hat nicht geklappt. Und ich habe ein paar übersehen. Ansonsten haben wir nicht viel hergestellt, weil wozu? Aber so ist es halt. Nice, dann. Jetzt ist Level. Level.